Meine Herztöne verraten so viel, ob alles gleichmäßig läuft oder ob ich aufgeregt bin, ob ich gerade schlapp mache, weil ich viel zu viel Druck habe, ob es mir gut geht oder doch nicht so. Und manchmal schlägt mein Herz bis zum Hals vor Liebe und ich denke, auweia, das können jetzt bestimmt alle ringsum hören, wie peinlich. Obwohl, wir hören doch oft viel zu wenig aufeinander, was den anderen schmerzt, was einen fröhlich bewegt oder schwer erschüttert oder wonach sich jemand sehnt, was ich hoffe oder träume. Das alles überhören wir zu oft. Lasst uns besser auf unsere Herztöne hören. Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich und wer euch verachtet, der verachtet mich. Das ist schon ein ganz großer Menschenliebhaber. Er sagt so deutlich, wie wichtig wir ihm sind, untrennbar. Was euch betrifft, das betrifft auch mich und umgekehrt. Also lasst uns gut aufeinander hören. Unsere Herztöne sind so wichtig für das Miteinander.